In die Schule rein oder so. Oh Gott. Das Ding hat ja mega den Vorbau. Schau Cloni, bis die Tage. Du verdammtes Arschloch-Spiel. Nein. Warum? Warum? Hast du dich? Hast du dich? Du verdammtes Arschloch. Du verdammtes Arschloch. Du verdammtes Arschloch. Du verdammtes Arschloch. Gehst ein Stockwerk hoch oder runter. Ja, ich esse es immer, wenn du es hochgehst. Runter ist meistens kein Problem. Aber wenn du hochgehst, manchmal begreift das Spiel einfach nicht, dass du dich in der Höhe befindest und bringt dich einfach rum. Ist das ein Cherno-Spawn? Äh, das ist ein... Elektro? Elektro? Okay. Wie schaltet man mit dem Ding? E war das, glaube ich, oder? Okay, das Ding fährt aber überhaupt nicht. Geht da ein Reifen? Kann das sein? Eigentlich müsste er doch fahren. Okay, er ist einfach nur mega langsam. Okay, zu früh geschalten. Der gleitet mehr so. Warum slidet der denn so wie so ein verdammtes Surfbred? Was ist das? Ich habe das Gefühl, das steckt irgendwie so zur Hälfte im Boden. Kann das sein? Ja, ich glaube nicht, dass es an der Motorhaube liegt. Okay. Ich glaube eher, dass das Ding feststeckt. Dass es halb im Boden steckt. Den Bug gibt es nämlich auch. Okay. Rückwärts. Seht ihr, wie der hier so rumgleitet? Vorwärts? Oh, 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 oh. Ah! Komm, ich will, du bist nach Czerno. Du schaffst das. Du schaffst das. Du schaffst das. Zieh, 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 zieh. Ah! Okay. Warum ist hier ein Reifen? Ist hier irgendjemand verreckt beim Reifen reparieren oder was? Gott! Der Sommer ist da doch gar nicht vorbei immer, irgendwie. Wir hatten die Sommer. Ah, es gab so nichts. Hinter euch im Busch, hinter euch im Busch. Hinter euch in den grünen Büschen. Habt ihr den? Nein. Nein. Der liegt da höchstwahrscheinlich immer noch. Nein, 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 nein. Du laufst hinten in den Wald. Ich seh nichts. Ich seh ihn grad auch nicht. In welchem Wald? Richtung dem Dorf? Hinter dem Haus wieder runter. Also in die entgegengesetzte Richtung, wo wir kamen. Okay. Was ein Arschluck. Holy shit. Hat der irgendjemand getroffen? Ja, ja, mich, mich. Aber... Hab nirgendwo was, was kaputt ist. Ich glaub, der ist hier irgendwo zwischen den Tannen. aber schwer auszumachen gerade versuchen den weg abzuschneiden ich laufe einfach runter ins dorf da ich sehe der läuft immer noch weiter nach ganz hinten ins zur richtung dorf naja läuft mehr so rechts durch den wald mitten ich sehe nicht mehr ich sehe euch nicht ich versuche ich hoffe dass ich richtig glaube ich glaube jetzt nämlich so ein bogen ich bin ein bisschen runter zur hälfte wieder fast in die stadt gelaufen und jetzt glaube ich in den wald rein kackwurst mit seiner sks es hat mich ja beschränkt mich auch vor allem wo man bildschirm kreuz dazu hä was jetzt so war spanisch zur maus gegriffen ich habe mir vorher noch gedacht eigentlich selten dass man irgendwie Leute trifft und irgendwie von A nach B Leute das war eigentlich nur mein Gedanke vorgelegt ich sehe euch gerade laufen glaube ich habt ihr ihn immer noch gesehen seid ihr sicher dass er immer noch in die richtige richtung läuft normalerweise schon ja ok ich sehe euch ich bin links von euch ja 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 und der ist hier weiter runter gelaufen das heißt er könnte ja irgendwo zwischen den verkackten tannen stehen das könnte wohl wirklich sein oder er ist halt weiter gelaufen ich glaube der hat gerade selber sich einen meter höher geschraubt aber aber er hat keinen rucksack auf definitiv nicht nein ich hatte keine munition mehr vielleicht hat er nur diesen eigenen dieb gehabt und er hat er verballert aber er könnte halt einfach nathana stehen ist so schwer das zu sehen aber weißt du was er für kleidung an hatte hatte der tarnkleidung an ja so ungefähr also eher dunkel relativ dunkle tarnkleidung erfolge sie die krisch wenn du was es ist auch so wie sie die kürzeste und steffen schon nicht zu sehen wollen mit halbzeit Kann man dann eine M4 finden? Das ist ein Russischer, oder was? Ja, ja. Na, SVD aber könnte da rumliegen. Boah. Roter Rucksack! Großer roter Rucksack! Großer roter Rucksack! Wo? Wo? Nein, nein, sind wir nicht, sind wir nicht. Hab ihn. Also wenn das einer. Der hatte ne Maus und großer roter Rucksack. Mitten im Wald hier. Okay, ja, ich hab die Schüsse grad nur fliegen gesehen. Muss mit dem roten Punkt Visier so drunter halten, das Ding ist so scheiße geseroat, ey. Hm. Die haben hier einfach so aufs Nathanne gekrochen. Aber das war nicht der Typ, der hatte einen großen roten Rucksack mit ner Maus in der Hand. Ich seh den Helicrash. Ja, da sind wir grad dran. Ja, genau. Und dann einfach wieder in den Wald laufen. Genau auf derselben Höhe wie der Helicrash ist. Wenn ihr einfach wieder auf dem Wald zuguckt, ist der Typ. Ich seh dich grad laufen. Und wenn du einfach genau straight so weiterläufst, läufst du genau auf seine Leiche zu. Ja, da fangen wir sich nicht liegen. Guck dir mal an was er hat. Gib dir Deckung. Aber bleib'n bisschen Bewegung, ich stehe nicht zu lange da drin. Ne Maus, Lynn. Ah, Rucksack hast du in den Kopf geschossen? Ja, ich hab einfach nur geschossen. Aber nur noch ne MP5-Magazin noch drinnen. Ah, nichts besonderes wirklich. Hat der eine Munition für die Maus? Ne, ich glaub nicht. Ne. Ist aber komisch, dass der Typ hier in diesem Wald rumgammelt, wenn wir irgendjemand anderes verfolgen, der auch in diesem Wald reingelaufen ist, oder nicht? Ja. Hat der den ausgenommen? Ja, also der hat nichts Gutes mehr. Möcht'n wir aus dem MP5-Magazin auf jeden Fall mit. Also das hier war jetzt mir nicht so sehr geheuer wenig. Glaubt ihr, andere kümmelt hier immer noch irgendwo rum? Das denk' ich auch, ja. Denk' ich auch, ja. Weil der ist ja in der SKS. Mhm. Und de facto kein Rucksack. Mhm. Schau mal Richtung Seleno. Kommt ihr mit? Ja. Gene, kommst du? Was noch passt hast? Ja, wir hatten hier grad nochmal Dick-Action. Wenn du in der Nähe bist, Bart, kannst du auch gerne mitzocken. Stimmt, dich. Du wolltest noch mitzocken, eigentlich. Ja, dir da hast du. Da. Ja. Gene, du musst jetzt rechts über das offene Feld. Und wir haben gerade eben noch seinen erschossen und wurden angeschossen von dem Typen mit der SKS. Irgendwas ist hier im Wald noch los. Bin ich ehrlich, der ist der angeschossen wurde? Ich glaub schon, oder? Ja, bei mir sind die Schüsse daneben hergeflogen. Ja, ich bin halt direkt neben seinem Busch hergelaufen und dachte mir so, ey, nein. Da. Nee. Warum? Das zählt nicht. Ja, wo läufst du da unten den Langeen? Nur kurz warten. Ja, ja. Kann ja noch mal. Ah, kock. Da reingucken in den Wald. Warte noch. Sehen. Das hier ist halt so viel, weil du kannst ja nicht überall sein. Nö. Ich glaub, ich kann auch mal den Schiff von da unten rufen hören. Die Leute auch. Ich glaub, ich kann auch bei ihm einen in seinem Busch, wobei eh. Ja, aber sei froh, er hat dich nicht abgeknallt. Ja, er hat mich getroffen, aber ich hab... nichts ist kaputt. West ist pristine, Oberteil war damaged. Theoretisch, also ab und zu zock ich halt immer mal mit Viewern. Hm. Und ich lass ja meine Waffe die ganze Zeit in der Hand, als ich nämlich mit dem Typen vorbeigelaufen bin, hatte ich keine Waffe in der Hand. Ich hatte auch keine Waffe in der Hand. Ich hatte auch Autorand drin, ich hab mich schnell zurückgelegt auf mich, Tick, 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 Tick! Und ich denke nur, OH, SHIT! Da wär ich auch schnell, oh, maushektisch irgendwo hingeworfen und dann gucken, wo, wo. so hinten im Busch dann Dampfensäne ja als wir umgedreht hat auf einmal zu sagen dass hinter uns im Busch dann ist er gerade weggerlaufen hinterm Haus weg fragt mich ob der rote Rucksacktyp und der zusammengehört oder ob das einfach nur mega Zufall war ja weil ich hatte rote Rucksacktyp muss ich dann hier aufgeregt da merke ich schleicht da durch den Wald aber man kann da jemand von hinten mit der vier aber da muss man die Schüsse gehört haben schätze ich mal Moin Kuschelhasi die Schüsse gehört? Welche Schüsse denn? ja die von dem SGS waren da ne so weit ne 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 das glaube ich nicht das wartete der lag ja schon echt ewig weit weg ja das glaube ich nicht oder als er die Schüsse gehört hat ist er da zurückgelaufen äh das ich f... ja äh warum bin ich schon wieder Starving? äh ich hab Essen warte ich bin auch sehr 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 hungrig bin auch schon halb Starving hier hinten ist noch ein Heli Crash, eine Ami Heli Crash ja dann g nimm das Essen und dann löse ich schon mal los wie lange ich heute noch streame äh noch ungefähr genau so ne halbe Stunde ist weil ich hab äh ne Lasagne im Backofen aber danach streamst du bestimmt nicht mehr ne? ja nö ja ja also elektrisch kann doch gut sein muss der SGS-Typ ja auch in der Nähe uns könnte es zumindest nicht ausschließen oder ich stehe ein Auto und das ist kaputt good day stay wild and listen mehr lieben danke für den Follower siehst du jetzt die Schifte auch nicht mehr so klein irgendwie manchmal backt das so ein bisschen rum ja das ist wieder nur normal ja das ist wieder nur normal ich hab dich einfach nur kurz gesehen und bist du bei mir irgendwie geploppt ja dann also nicht laufen wir noch zählen das ist uncool beim Spiel das ist immer nur bei mir der Wagen der Wagen braucht nur noch ein Reifen des Parkblatt lol zwei Granaten ich nehm sie mal mit ich glaubts noch nicht dass sie benutzen werden aber das sind glaub ich so irgendwie ne Sparkblatt Drei Granaten oh wir haben jetzt schon insgesamt vier Rauchgranate Rauchgranate werfe ich in dem Spiel noch einmal ja ja oh 65 jacke denn jetzt mh 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 so sieht das im Augenblick aus so sieht es im Augenblick aus mh hast du die Rauchgranate geworfen? mh ja mh oh mein Geist k 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 sogar noch mehr streamst du am sonntag oder am samstag meinst du nächstes wochenende wahrscheinlich wieder freitag sonntag anny schön dich mal wieder zu sehen schien bis es mittlerweile in seleno angekommen ich bin bei dem gefängnis ist auch keiner unbedingt essen zu reißen ich hab essen was noch ist ein zwei drei vier sachen ja gib mir mal was guten abend verbuggter zombie jetzt reicht schon dankeschön ja was treten ja dich hab ich schon länger nicht mehr gesehen das stimmt ein akarmik leider ohne munition geht ich habe hier eine schwarze ok wirst du schön dass man wieder rein ob masten du in letzter zeit so ich bin in den zenten aufgefallen mit der sie passiert das gerne nö wir haben uns eigentlich meiste zeit in chernow aufgehalten wir sind jetzt nur wieder hochgelaufen um ein bisschen an ausrüstung zu sammeln die ein bisschen m4 munition hätte würde eigentlich gesagt wieder runter laufen oder wir treffen aber so einen typen der weder sechs max dabei hat ja das wird natürlich auch gehen von dem auge man die auge die hat es sie hast du eigentlich noch munition du hast du denn hier noch hast du noch viel ihr kommt gerade von der schule runter oder ne hier sind drei leute wo drei leute wo ich höre schüsse oben bei der großen schule bei der neuen ja da gucke ich gerade hoch wo ja da laufen die rum ich bin in der police drin ich muss sie doch sehen oder nicht ja die schüsse gehen da gerade also zombies gehen da jetzt gerade hoch im wald warte ich sehe nein 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 richtig vor der schule oder was auf der wiese schulhof rangelei ok vorsichtig 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 hier geht eine 1 zu 1 los sag doch mal da ist ich versuche das zu umlaufen ich versuche das zu umlaufen ich versuche die dann von hinten zu holen das dauert nur ein bisschen ist nur noch einer ist nur noch einer ich habe schon zwei geholt ich bin down mann der hat mich umlaufen wo ist der alter heiliger ist der schon runter in so einem kleinen der eine ist in so einem kleinen komplex sag ich mal oh Gott ich höre noch zwei unterschiedliche waffen hier rum eine a 1 zu 1 ist das meine ich nur noch ja und irgendeine andere ganz ja da schießt du auch noch irgendwie in der m4 oder sowas ja weiß nicht ich bin down ich habe zwei weg geholt puh alter natürlich der typ auf der straße hat kein gier also eine hatte in gilly hut der andere hatte im blauen mountain backpack und der letzte ja ja naja 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 ne ich wollte meine komplette 60er im 4 meg auf die draufgeholzt du bist auch an der schule also diese halt wenn die straße rüber um ein bisschen weiter runter das so ein paar hütten sind da sind zu häuser ich verstehe schon hier waren die da die ganze zeit ja die kauf aber die straße von der schule runter auf der straße ja weil ich habe die ganze zeit auf die rechte seite die wiese beobachtet ob da was kommt wenn auch die straße da hoch zur schule auf jeden fall gucke ich so verlaufen hat reicht also bei der drei wir sind zwei ihr seid unten in der stadt kann nicht sein oder einer hast du auch jetzt so einen blauen helm an wie kuni ja okay ich bin hinter dir an der mauer ich habe dich gesehen alles klar wenn hinter dir oben halt so ein bisschen an der mauer auto leben jetzt theoretisch noch zwei oder zumindest der eine mit der 1 zu 1 oder habe ich noch ja und dann hast du diese hat sich so angehört wie ein schrot aber irgendwas hat dann noch geschossen was schießt oder ja zum bieten also ich habe ein auto dann kommt schon angefangen das wird theoretisch einfach so in den häusern rumgammeln oder und coole kombi links darwin könnte ich was machen wenn du zu mir kommst könnte eine dose geben ich bin gerade in der schule drinnen wo liegen die leichen von denen liegen die auch einfach zwischen der straße und genau liegt fünf meter ja da ist ein schalldämpfer drauf wo bist du jetzt gerade ich habe die straßenseite gewechselt bin ja in diesem grünen roten haus richtig grünes holzhaus direkt gegenüber von der schule einfach direkt gegenüber von der schule einfach straight einmal rüber gehen ich stehe ja an der hauskante oder sie dann driftet aber hier ist der hammer scheiß reifen ist damaged grünes holzhaus im schuppen davor stehe jetzt im schuppen drin rechts 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 mehr rechts 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 jetzt leistet voll auf mich zu ja genau legt das essen hier ich habe zwei komplett weg oder ich habe drei gesehen auf der straße zwei weg geholt einmal mit einem blauen dry bag und einmal einen mit einem gillikopfen noch nicht einmal wenn du ready bist dann gucken wir uns mal also wir gehen zumindest in den ideal leichen was die auf uns die leichen angucken sollten ich gehe runter also ich liege ungefähr hinter diesem kleinen komplex wo die ganzen hütten drin sind ich bin ready ja ich schlafe schon runter bitte ist jetzt tun womit ich den reifen abmachen kann zum reparieren es hat noch nicht die könnte jederzeit irgendwo hinter einer hinter einer mauer hocken oder so mein problem ist ja wenn der jetzt am konzert ist ja oder irgend so ein scheiß wegen den zombies ja naja der hat doch viel geschossen ich war mir wie er mich gekriegt hat ich hätte doch immer noch nicht gut da hier liegt einer hier liegt einer von mir liegt einer ich sehe es kaum es liegt doch auf der wiese schwarze militarkleidung ja der hat auch noch ein genie schießt zombie ja dann geh doch ins haus wieso gehst du nicht ins haus ok du gehst ins haus hier liegt noch einer mit hk also wenn einer wenn einer eine einzelne eins hat das war der denn einer schießt hier durch ja der eine hat einfach durch meine verkackte wand durchgeschossen scheiße der war auf der anderen seite fuck ich bin ohnmächtig da war eine holzwand ich sehe den tut ja auch nicht nee den kannst du auch scheiße sehen das ist nur ein stück weiter runter hier liegt noch ein anderer noch bin ich ohnmächtig wenn ich jetzt das hinkriege dass ich schnell den damage streifen zu pristine hier wechseln kann und ich habe eine pristine dann kann ich schon immer im sedan hochdüsen oh gott oh gott fuck you versuch nicht zu sterben das ist ne svs vss irgendeine andere scheißwaffe ich hatte irgendwas scheitert dann zu holen ich stehe wieder auf stehe wieder auf oh gott ich muss laufen ich muss laufen ich muss laufen läufst du im holzhaus rum ja das bin ich das bin ich okay verbind mich ich bin in dem holzhaus der ist mega nah pass auf ich hab den dude gerade irgendwie gehört aber ich seh den dude nicht er war mega nah vor meiner ja da wo ich k.o. gegangen bin direkt vor der holzwand hier liegt noch einer mit einer armbrust empfehle ich glaube das ist was hat denn sonst was so guck doch einfach ob du mein rucksack wieder erkennst das ist ein richtig komischer rucksack musst du auf jeden fall m4 mit 100 stunden digital er ist es meiner dann glaube ich auch ich krieg den kaputten reich und ich habe das scheiß auto ab holt hast du mein holzhaus wo ich gerade rumgelaufen bin im grunde genommen gerade direkt vor der wand wo der mich gerade weggeschossen leg dich doch hin dabei du stück scheiße mensch warum wir den scheiß der mit streifen denn ich ja mach der typ muss hier irgendwie noch dazwischen sein oder gar nicht nein auge ist weg ist deine auge ich hab was essen wollte auge ist jetzt die auge ist nicht auf deinem rücken nein da liegt eine im versuch mal abstand zu gewinnen ich bin das vor deinem holzhaus abweg hier habe ich gehört ich habe alle aus der hüfte raus wo ich habe kein bisschen im visier einfach nur hüfte einfach ich war die waren auf der straße genau ich war ja genau meter daneben was ging es war ganz nett ich hätte gern geholfen wirklich ach ich habe ein bisschen scheiße beschrieben auch ja du hättest halt auf der straße sagen müssen und nicht vor der schule weil ich hab die ganze zeit vor die schule geguckt vor alt dieser augen über diese wiese und da ich nichts gesehen hättest du mir gesagt dass sie die straße runter laufen das wäre was anderes gewesen naja ich schätze mal dass sie die leichen bewachen oder so also looten gehen würde ich nicht das glaube ich selbst mal ich hab da gerade versucht zu looten es wird direkt zu mir rüber geschossen naja ich bin ja auch nur in die lehre beleuchten naja ein dicker sniper auf jeden fall das ist keine schrot und weder bin ich gestorben da braucht das jetzt ein mega zelt aufbauen und schönen gillihot hätte ich gern geholfen mehr wenige gestorben ich wusste nicht wie schnell aus dem komponente das ging nur mit springen und kamen direkt hinter mehr und hat mich weggedrückt da kannst du ja ich meine du hast ja genug geholt ja völlig übertrieben und noch mehr getötet hättest das wär's sehr weg mein fieber ja das ist erst mal richtig aber das ist ein komischen ding ist halt so aus also ein komischer weißer russer turm aus dem kleinen kirche da war habe ich halt ein zuletzt gesehen ja hat mich glaube ich nicht zehn schuss oder so hat er noch an mich damit getötet ich glaube dass sie irgendwo da unten in den häusern kämpfen bestimmt wäre das ein zombie oder ein player auf jeden fall wo drüber ist was schwarzes gerade gelaufen wo ich hier ja ich sehe ihn ich sehe ihn laufen rechts von uns rechts von uns auf der wiese da läuft er läuft er läuft er läuft er ist jetzt gleich hinter der betonmauer jetzt hinter der betonmauer heißt es gibt noch eine schießerei wenn er jetzt kommt er ist jetzt direkt vor uns auf der betonmauer ich weiß nicht was der macht ob er uns entgegen kommt er deckt mal unseren arsch ich stecke das von vorne muss halt jetzt irgendwo beton mit rechts oder links rauskommen ich glaube der kämpft aber einfach hinter der mauer weil der weiß dass wir hier sind der hat die haben uns hierherlaufen ich habe meistens angst dass die uns irgendwie umlaufen oder so oben im wald ist und sagen gar nichts ach da im stream sehe ich gerade hinter sind da wo es ein kleiner geschlagen ist ja genau der ist jetzt genau hinter dieser scheiß betonmauer und er kommt auch nicht näher der chillt da jetzt genauso im third person und genauso third person weltmeister ich meine der hatte gerade eben schon einfach durch die band gebängt ja sonst ist er jetzt genau machen und jetzt irgendwie von hinten kommen wollte wenn wir können uns zurückziehen wenn man ins gesicht laufen will ich umgehen solange meine m4 hälfte ist ja dann empfiehls bei mir auf dem Rücken aber kein schuss mehr im magazin ne du hast null schuss im magazin ja ich laufe mal ein bisschen zurück alles aus der schrift oder reingepumpt das kann nochmal gesehen richtig gut ich habe leider nicht aufgenommen UB ist offenbar irgendwie kann ich nicht mehr mit UB ist offen Moin Nippel harte Nippel das für meine m4 Enrich bei dir ist ganz schön dunkel im Raum naja aber da brauche grad keine zeit Licht anzumachen sorry wie ist der fähre harte alpha ups vorsicht zombie mh hab' du gespürt was du kurz du ey tschüss da unten aber auch keinen irgendwo steht bestimmt einer ich versuche ihn halt die ganze Zeit zu scouten da müsste ja theoretisch da unten irgendwo sein oder verfolgt uns, eins von beiden auf jeden Fall nicht diese typischen Rambo-Daisy-Spieler ich sollte nicht so offen laufen ne, deswegen bewege ich mich auch ungern da ich bin auch so ein Rambo-Mann wie man grad schwer erkennen konnte das ist ein Zombie Alter wie ein beschissenes Wort ich kann mich hier nirgends wo oben bringen und der See dann funktioniert auch nicht ich höre doch nicht warum er dann erst so an uns ranrennt an die Betonmauer und dann erstmal mega das Zelt aufschlägt er musste ja wissen dass wir da sind hat er sonst überhaupt keinen Sinn ich hab so die leise Ahnung dass der wirklich uns so leicht hinterher gelaufen ist ja, deswegen durchsuche ich auch grad den Wald weiß den nicht die gegen hinter der Mauer bewegt sich ja auch grad gar nichts mehr verbrennt hat dann der schönere Rassanja nicht, Hendrik wird halt irgendwann kalt Kürtel Kürtel war machen umgekehrt dass sie auch gerne zu einem Abschluss finden der Berge wenn man es jetzt machen so das ist die Franzosen der Selbstmord wegzurennen wenn sich über die wundervolle 4 meine ich ist ja auch schon gesagt wir können uns wie viel wir können mal zehn minuten machen also es ist ja schon wieder ein highlight wert heute ganz viel highlights heute war ordentlich was auf jeden fall das treppen highlight das sind schon zweimal k.o. gegangen wieder aufgestanden das ist das haben alle leute ist es in letzter zeit irgendwie öfter dass ich angeschlossen werde k.o.g. und dann noch mal wieder aufstehen ich will wahrscheinlich entweder okay du warst ja nochmals hydrate oder energize verstehe ich nicht weiß ich dass das zoom hat aber ich muss nicht näher so muss noch nicht über große entfernung alles klar und wo konnte nicht sehen wo warst du denn ich war mitten im wald ich hatte glaube ich zwei büsche vor mir und ich stand hinter mir hätte ich aber einfach geholt mit einem schuss standest du still und ich meine leute in vier zusammen wie weit im wald warst du drin nicht sehr weit wirklich und ist so die schule noch sehen ja ich kann die schule noch sehen was mache ich jetzt safe lieber gegen den wald oder so und ich könnte runterlaufen und runter durch den wald entgegen zu kommen ist blöd und auf der anderen seite das ist von dem waldstück da rauszukommen ist auch blöd jetzt was ich jetzt noch machen kann wir hier runter zu laufen aber von unten sehe ich die sicherheitlich total beschissen kann aber auch schulgebiet laufen aber das hat auch sehr gefährlich aber ich muss jetzt einfach mal wenn ich einfach richtig auch noch einer wald ist ja schon wieder wald eingang das könnte gut sein das ist auch alles schwarz weiß das ist schwer leute zu scouten ich habe mich auf keinen Anwalt wo ich hier bin das muss überall sein das sogar sein dass sie sich sogar aus der schule erschossen das problem ist nicht aus der schule rausverpackt wieder da sie du kannst nur so einen meter weit gucken und alles anders so kacke geladen wo es ist cool wenn jetzt hier die die bahn wo es nicht in den berg das ist darum back nichts dass ich überhaupt jemand sehen würde wenn er dann das alles so beschissen lädt durch fenster man kann halt nicht sehen man sieht so zwei meter weit und dann backt das da so übelst rum dieses dreckspielen auf der to do list steht eigentlich nur noch essen heute zur stadt kann ich prima rausgucken aber in den wald hoch es geht überhaupt nicht wirst du mich wahrscheinlich direkt ans fenster stellen was ein bisschen dumm ist ja ja oh gott selbst wenn ich am fenster rumlaufe ja es packt mega krass rum mega krass ich nix mal looten eine Stunde looten habe ich locker wieder ja und rein ja tschau tschau ich hab hier nur so ganz bestimmte winkel von denen ich irgendwie in den wald gucken kann da sehe ich ich sehe nicht ja fick dich alter wenn ich in seine richtung gucken will dann backt das halt weg ist halt so gg ja ist doch lächerlich wir sehen halt einmal kurz den wald runter kommen aber wenn ich genau in seine richtung gucke in der richtung in der er runter kommt da backt das scheißbild weg ok what the fuck ja ok das spiel hat mich jetzt warte macht mich das spiel echt richtig akku also was ist ich finde die aber auch gerade nicht mehr ich finde die aber auch gerade nicht mehr eine typ ist da irgendwie runter gelaufen aber aber kann alle sonst wo sein na tatsächlich bei dem 4 ich bin hätte dieses dumme der dumme wald nicht so durchs fenster rumgebacken hätte ich nicht vielleicht holen können während er da runter marschiert ist aber noch irgendwie nach dem zu suchen der DJ ist auf unseren Server drauf selbst hier durchzugucken muss man tun ja was Jay ist bei unserem Server der Jay unser James hat bei der Subscriber der Jay der Subscriber Jay was willst du machen ich hab übelst Hunger ich suche jetzt nicht zwei Stunden lang nach dem trotzdem natter Battle trotzdem natter Battle